Wobei ich davon ausgehe, dass hoffentlich nicht jeder 2 ist. Ich 3. Ich 3. Ich 3. Ansonsten ist noch die Pinkgarner, ja. Oh Mann, überall wo ich stehe! Toll! Na, Nora, für deine auch. Um 6 war ich da. Langsam tut's weh, ja. Sabrina, willst du noch halten? Ich will etwas essen. Ja. Ach so, du, das Denken? Ich denke, du kannst es gleich weglassen. Weil wir dafür zuständig sind, für euch zu denken. Wenn es nur Mühe rauskommt. Und nicht nach oben, dann muss man es heißen. Okay, willst du, wie es geht? Ja, okay. Da, 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 den Schnee. Klar! Was ist denn da noch? Was ist denn da noch? Was ist denn da noch? Von wem die Originalgröße? Oh, oh. Das ist lecker aus der Gruppe. So, und wenn die Stäbe leer sind, neue Gruppe, wa? Paul, deins bitte verteilen. Das ist ja auch. Paul, ist gut, Paul! Kannst du meine Klammer mithalten? Nein, sie werden hier in Dorn essen. Ihr Braueres fertig. Maxi, Paul, kleines Vorteilen bitte! Sieht gut aus. Wie soll man denn die Wurst essen? Ja, wir sind jetzt los. Kannst du mal was halten? Der Stock ist zu kurz. Ja, klar. Das letzte gehört natürlich demjenigen, der gegrillt hat. Das ist doch richtig so. Hier, das ist auch fertig. Sind die fertig? Nein, nein. Hier ist ein Stab. Oh ja, der Fisch vom Mund. Ich nehme mir... Lukas, ich möchte gerne ein Wurst geben von deinem Stock haben. Juhu! Die Wurst schmeckt irgendwie lecker. Danke. Danke schön. Danke. Danke.